Abschließend gibt es noch mein Team der Saison aus der Serie A, vergangenes Jahr 23-24. Das System ist dabei ein 4-2-2-2, dabei ohne wirkliche Flügelspieler, aber zu den näheren Positionen kommen wir gleich, starten aber wie gewohnt im Tor. Da spielt bei mir Di Gregorio, der ja jetzt auch zu Juve gewechselt ist, dort die Nummer 1 sein wird und mit Abstand der beste Torhüter letzte Saison in Italien war. Hat doppelt so viele Tore verhindert wie der zweite in dieser Statistik und einfach eine sensationelle Saison vor allem auf der Linie gespielt. Nummer 2 in der Statistik, den man hier auch erwähnen muss, war Jan Sommer, auch wirklich viele zu Null Spiele, aber letztendlich war die Leistung von Di Gregorio einfach überzeugender und auch Terraciano von Florenz muss man hier erwähnen. Gehen wir über zur Viererkette und fangen da erstmal mit der Rechtsverteidigerposition an, auf der es vergangene Saison in Italien allerdings nicht allzu viele Spieler gab, die da wirklich herausgestochen sind. Ich habe mich letztendlich für einen Innenverteidiger entschieden mit Danilo, dem Kapitän von Juve, hat meistens Innen gespielt, ist aber sehr flexibel, kann links aber auch rechts spielen, ist ja auch gelernter Rechtsverteidiger und er war für mich wieder der stabilste Verteidiger bei Juve. Und dementsprechend steht er hier auch so ein bisschen repräsentativ für die gute Abwehr von Juve, denn eins muss man Allegri als Trainer zugutehalten, die Defensive steht meistens und Danilo war da ein entscheidender Teil davon. Und als Alternative erwähne ich an der Stelle nur Bellanova von Turin, hat da meistens die rechte Schiene beackert in der Fünferkette, aber ja, für die Startelf hat es jetzt nicht gereicht. Rücken wir eins weiter in die Innenverteidigung und da spielt bei mir tatsächlich ein Linksfuß auf rechts, einfach weil es zwei sehr gute Linksfüßer in Italien gab und ich glaube, ihr wisst, wenn ich davon spreche, schon, wer die beiden sind. Der erste ist Bastoni von Inter Mailand und er hat ja auch in der Nationalmannschaft dann den rechten Innenverteidiger gegeben bei der EM, zumindest in den ersten Spielen. Also der könnte das rein theoretisch schon und musste von seinen Leistungen her hier auf jeden Fall rein. Ich habe ein bisschen geschwankt, da er nicht allzu viele Spiele gemacht hat, wurde auch ein bisschen geschont als für die Champions League, aber letztendlich im Vergleich zu den Alternativen hat es dann doch gereicht. Für die rechte Seite der Innenverteidigung kann man noch Mancini von der Roma und auch Bremer von Juve erwähnen. Und links spielt er natürlich Calafiori von Bologna, konnte da wirklich sehr glänzen in dieser Rolle im System von Mota, in der er immer wieder nach vorne aufrücken konnte im eigenen Ballbesitz und dementsprechend von den Leistungen musste er hier auf jeden Fall rein. Hier gab es ein paar mehr Alternativen mit Lukumi ebenfalls von Bologna, Dozena, Acerbi oder auch Bongiorno. Linksverteidiger, da hast du in der Serie A natürlich immer mehrere Top-Optionen, vor allem im Vergleich zu anderen Top-Ligen, denn mit Teo Hernandez hast du da natürlich einen sehr starken. Der hat es allerdings nicht reingeschafft, da die Leistungen von Federico Di Maiko für mich einfach noch beeindruckender waren. Teo Hernandez, ich hätte vielleicht schauen können, dass ich ihn anders noch reinbekomme, weil er war schon wieder sehr gut letzte Saison. Letztendlich hat es nicht ganz gereicht, Di Maiko musste auf jeden Fall rein. In einem System von Inter ist es natürlich leichter zu glänzen, aber dennoch waren seine Zahlen wieder mal extrem beeindruckend, weshalb er für mich gesetzt war. Auf der 6 und da sollte es eigentlich überhaupt keine Diskussion geben, für mich auch der beste Spieler der vergangenen Serie A Saison mit Hakan Chalanulu. Hat seine neue Rolle, die er jetzt erstmals über eine komplette Saison gespielt hat, echt gut angenommen und macht das überragend. Hat natürlich auch einige Tore erzielt, aber das waren vor allem 11 Meter. Aber sein Wert geht halt wirklich nun über die Scorer hinaus, spielt er eine große Rolle im Aufbau, aber immer noch in der Chancenkreation und deshalb war er für mich hier natürlich gesetzt. Hatte jetzt unabhängig davon dieses Jahr nicht die größte Konkurrenz mit Cristante von der Roma oder Locatelli von Juve. Neben ihm bzw. als Achter spielt dann Tijani Reinders, ebenfalls einer aus Mailand, aber jetzt eben von Milan, der mir in seiner Debütsaison in einer Top 5 Liga wirklich sehr gut gefallen hat. Ja, da war teilweise noch Luft nach oben, aber dafür, dass er das erste Mal bei einem wirklichen Topklub spielt, war das schon echt gut und deshalb wollte ich ihn ja auch drin haben. Trifft eigentlich ähnliches zu wie auf Cialanullo mit seinem Wert für das Spiel von Milan und da kann man tatsächlich ein paar mehr Spieler erwähnen, die sich zumindest diese Erwähnung verdient haben. Mit Frenntrup von Genua, Bonaventura, Luis Alberto, Luis Ferguson, Freuler, Ederson, Rabiot, Loftus-Chic, Barella und auch Mkhitaryan. Kommen wir zu den zwei Flügeln, die in dem Fall eher zwei Zehner sind, da mir die Flügelspieler diese Saison nicht ganz so gefallen haben. Ich werde zwar gleich ein paar erwähnen, habe mich dann aber eher für zentralere Spieler entschieden, die bei ihren Teams vor allem als Halbraumspieler in einer Dreierkette agiert haben, als offensive Halbraumspieler. Rechts ist das Paolo Dybala von der Roma, hat auch nicht allzu viele Spiele gemacht, aber immer wenn er gespielt hat, war er einfach der Schlüsselspieler von Rom und ohne ihn wären sie glaube ich nicht so weit oben gestanden in der Tabelle letztendlich. Deshalb für mich Dybala, für den rechten Flügel kann man alternativ noch einen Soule erwähnen, ist zwar mit Frosinone abgestiegen, aber er konnte wirklich auf sich aufmerksam machen. Auch Politano von Neapel konnte in einem schwachen Team überzeugen und auch Christian Pulisic kann man erwähnen. Und das Pendant auf der linken Seite zu Dybala ist dann Theonko Mainas von Atalanta Bergamo, der mich einfach immer wieder überzeugt. Finde ich einen genialen Spieler, kann sowohl tiefer spielen als Spielgestalter, aber eben wie er letzte Saison meistens agiert hat als Halbraumspieler und hat da dann auch seinen offensiven Output. Eine herausragende Schusstechnik, die ist wirklich Weltklasse und das ist mit einer der Gründe, warum er hier drin ist, aber halt auch ein extrem gutes kreatives Passspiel, mit dem er seine Mitspieler immer wieder gut in Szene setzen konnte. Einer davon gehört zu den linken Flügelspielern, die es jetzt nicht reingeschafft haben, mit Ademola Lukman. Andererseits kann man auch hier mit Quarazkelia einen Neapel-Spieler erwähnen, der individuell schon noch gut war, aber ja, sein Team war einfach zu schwach. Und dementsprechend war es schwierig, einen Spieler von Neapel reinzunehmen, weil halt auch seine Leistungen dann unter Einfluss der Leistungen seiner Mitspieler stehen und darunter leiden. Und auch hier kann man einen Milan-Flügelspieler erwähnen mit Rafael Leao, bei dem es mir letztendlich aber auch nicht gereicht hat. Im Sturmzentrum gibt es dann zwei Spieler, der erste ist sowas von gesetzt und sollte auch absolut klar sein, mit Lautaro Martinez von Inter Mailand. Wurde Torschützenkönig und auch Topscorer der Liga, dementsprechend kommt man fast nicht an ihm vorbei und seine Leistungen sprechen auch für sich. Hat letztendlich aus nur 18 Expected Goals 24 Tore erzielt und an ihm hat kein Weg vorbeigeführt. Die zweite Stürmerposition war dann etwas schwieriger zu besetzen, weil es da durchaus mehrere Varianten und Optionen gab. Letztendlich habe ich mich für einen Außenseiter, sage ich jetzt mal, entschieden mit Albert Gudmundsson von Aufsteiger Genua. Die konnten ja sehr souverän die Klasse halten und er hat da seinen Teil auf jeden Fall dazu beigetragen. 14 Tore erzielt, auch vier Vorlagen. Tatsächlich hätte er nach erwarteten Vorlagen sogar mehr haben müssen. Also der kann sowohl abschließen, als auch Chancen kreieren und war dementsprechend für mich der wichtigste Spieler von Genua, die ja wirklich eine sehr starke Saison gespielt haben, haben sich namhaft verstärkt, unter anderem mit Nationalstürmer Rete Guy. Aber es war letztendlich Gudmundsson, der da offensiv am meisten Aktionen hatte und dementsprechend für mich verdient hier im Team der Saison steht. Aber wie gesagt, da gab es noch durchaus andere Varianten. Man hätte zum Beispiel einen Olivier Giroud reinnehmen können in seiner letzten Saison in Europa, die zahlentechnisch dennoch noch sehr stark war, mit 15 Toren und 8 Vorlagen. Man kann hier noch Zapata von Turin erwähnen. Zierkze natürlich vom Überraschungsteam aus Bologna hatte zwar zahlentechnisch keine so starke Saison, aber sein Wert geht trotz dessen, dass er Stürmer ist, wirklich darüber hinaus. Hat sich immer wieder tief fallen lassen und dann die Bälle verteilt wie eine Art Spielmacher. Und auch Dusan Flaovic kann man erwähnen, genauso wie einen Markus Thüram in seiner Debüt-Saison. Letztendlich macht das vier Spieler von Inter Mailand, ansonsten ist das etwas breiter verteilt. Ich habe jeweils von der Top 6 einen Spieler, außer halt Inter da vier. Und dann noch einen von Genua und einen von Monza, wobei es einfach die individuellen Leistungen gerechtfertigt haben. Zu Inter muss man sagen, ist absolut verdient, dass ich da so viele drin habe. Die haben rein punktetechnisch, aber auch spielerisch die Liga komplett dominiert. Man hätte vielleicht noch einen zweiten von Bologna reinnehmen können, die als Überraschungsteam gelten. Wurden letztendlich aber auch nur Fünfter, daher geht das so, denke ich, in Ordnung. Ja gut, ich habe es auch so gewählt, daher bin ich da absolut fein mit. Und wenn man das mit meinem Team der Saison aus dem Vorjahr vergleicht, so sind tatsächlich nur Lautaro Martinez, Coop Meiners und Danilo ebenfalls drin, die halt auch schon im Vorjahr drin waren. Ansonsten haben alle anderen, bis auf Quarackelia, die ich im Vorjahr drin hatte, jetzt in dieser Saison in meiner Auswahl keine wirkliche Rolle gespielt. Also da gab es schon einen kleinen Wandel an den Leistungsträgern der Liga. Finde ich auf jeden Fall ganz interessant. Aber das soll es soweit gewesen sein von meinem Team der Saison aus Italien von der Serie A2324. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.